Jo, heil und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Runde TierCity hier mit der Spielpirat. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir hier weiterbauen und lustige Themen ansprechen. Vorweg, ich habe mir jetzt gerade nicht aufgeschrieben, sondern das Thema für heute und die Personen, die dazu eine Frage gestellt haben, im Kopf so ein bisschen gemerkt und ich versuche jetzt mal ganz schnell einfach das am Anfang so wegzurattern, damit ich es nicht wieder vergesse. Also, das Thema kam von, das ist so eine gemischte Geschichte, unter dem letzten Video von Florian Hirsiger und Clement... Henry Clement, genau, Henry Clement. So, und zwar waren die Fragen gewesen, Führerschein, das erste Mal so, oder das erste Mal halt den Führerschein und beziehungsweise das erste Mal Autofahren oder auch das erste Auto. So, ja, das sind natürlich so ein paar Fragen eigentlich, hängen die vielleicht miteinander zusammen? Vielleicht besprechen wir das einfach mal in ein, zwei Folgen, müssen wir mal gucken. Ansonsten möchte ich mich erstmal nochmal herzlich bedanken für die Resonanz. Es kamen so Sachen wie, also für alle die nicht Advanced Blöcke beinhaltenden Maschinen hier, wie zum Beispiel der Compressor, den ich hier nochmal habe, der normale Compressor. Oder halt auch hier der Extractor und der Recycler und so. Die brauchen alle keinen Schalter, nur die Maschinen hier, die diese Advanced Blöcke eben halt drin haben, brauchen eine zusätzliche Schalterquelle oder Redstone Signal oder sowas in der Richtung. So, jetzt habe ich das nochmal korrigiert und fertig. Ja, nochmal so der Hinweis, ich weiß, die ganzen Gerätschaften hier, die müssen nicht mit Kabeln verbunden werden, die können aneinander stehen. Aber ich hatte hier oben ja auch, ich kann ja nicht überall einfach nur hier unten, weil hier unten, wer dieses Tier-City-Projekt einfach verfolgt hat, der hat es ja gesehen, das ist so ein bisschen gewachsen hier mit der Zeit. Dann hat man so Platzhalter gehabt und die brauchte man und hier und da und jenes. Deswegen konnte ich nicht alles nebeneinander basteln und deswegen sind so überall die Kabel noch mit drin gewesen. Aber hier, gut, ich meine, das ist gerade ein wildes Konstrukt, aber es ist ja momentan nur in dem Kasten. Pipapo, ja, hier oben, gut, das ist jetzt hier einfach mal so rumgegangen. Ob da jetzt nun so eine Kabelverbindung noch ist, die entsteht allein. Ich habe da kein separates Kabel noch mit angebunden gehabt. Dementsprechend ist das so, wie es ist. Dann kam noch der Hinweis, es wäre doch schade, wenn das ME-System, auch vor allem, wenn wir es noch ausbauen wollen und die ganze Arbeit, die dahinter steckt, eben irgendwo im Keller verschwindet, wenn man es nicht mehr sieht. Und dass man das doch eigentlich auch irgendwie so ein bisschen verschönern sollte beziehungsweise schön präsentieren. Genauso wie dein Würfel hier. Okay, das ist ein Argument und das würde ich auch gerne berücksichtigen wollen. Ich finde es nur schade, wenn das hier im Eingangsbereich irgendwie ist und die Geräte da abbauen will ich auch nicht und es soll ja eigentlich schon so ein bisschen noch eine gewisse Art Lobby sein und keine Ahnung. Deswegen habe ich mir vorgestellt, ich erweitere hier hinten einfach mal meine, 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 meine Gegend. Ich baue das hier nach hinten und würde mir einen eigenen Surferraum, so schön mit Glas und Leuchten und Ventilatoren und keine Ahnung was bauen, dass es so richtig cool aussieht. Weil wir müssen das ME-System erweitern machen, dementsprechend bleibt mir ja gar nichts anderes übrig, außer hier gleich erstmal alles zu erweitern. Und diese Chance würde ich natürlich gleich nutzen wollen. Ich höre ja auch die ganze Zeit irgendwas grunzen, also irgendein Schwein muss hier hinten sich versteckt haben. Ich weiß nicht, ob hier eine Höhle ist, wo ein Schwein mal reingefallen ist oder so. Das kann ich gar nicht sagen. Aber auf jeden Fall müssen wir den ganzen... Alter, bin ich denn blöd mit meiner Spitzhacke? Ich habe doch... Ich sage lieber nichts, ich bin blöd. Egal. Okay, wir erweitern den ganzen Bereich hier. Ich stecke mal gerade eine Region ab. So. Und dann gucken wir mal, wie weit wir mal hier reingehen. Ich würde schon sagen, so ein paar Blöcke muss das sein. Und dann machen wir so mit der Zeit so einen richtig schönen Serverraum. Ich denke, dass das gar nicht so schlecht aussehen wird. Und wir haben dann... Wir haben mit Sicherheit so einen Spaß dran. Das kann man auch gut präsentieren. Da gehe ich zumindest stark von aus. Gut. Mal gucken, wie viele Blöcke wir hier reingehen müssen. Ich habe mir da so vorgestellt, so ein paar... Ja, so... Ich weiß nicht. Man kann auch sowas aufbauen, auch wenn man es vielleicht gar nicht so in dem Umfang braucht. Aber man weiß natürlich auch nicht, wie groß das ganze System wird. Und... Ja. Doch, wie viel... Wie viel... Wie das zentrale Speichermedium hier irgendwie an Platz mal irgendwann fressen wird. Oder sowas in der Richtung. Ich gucke einfach mal. Ich grabe hier mal so ein bisschen rein. Aber ich glaube, ich habe ihn jetzt gerade runter gegraben, was ich eigentlich nicht wollte. Okay, ein bisschen aufpassen, dass es nicht dunkel wird. Aber hier kann ich ja schon mal, weil es ja ein weiter runter ist, so einen schicken Brick reinsetzen. So, machen wir das mal hier gerade noch ein bisschen weiter. Ich weiß gerade gar nicht, wie weit ich hier gehen muss. Bauen wir uns mal hier noch lang. Oh, es wird dunkel, glaube ich, ne? Oh, oh. Oh, oh. Soll aber noch gar nicht dunkel werden. Ich will mich jetzt überspauen. Ah, scheiße. Ja, ich baue mich hier gerade mal durch. Zack. Okay. Und dann gehen wir mal ganz schnell pennen, bevor es ganz dunkel wird. Fliegen können wir nicht, aber es sollte vielleicht noch gereicht haben. Okay, ich hoffe, dass hier nichts gespawnt ist. Okay, mal gucken. So, die ersten 5 Minuten haben wir damit verbracht. Erstmal so ein bisschen hier klare Fronten zu schaffen. Ich gucke hier, ob hier irgendwas rumlamentiert oder so. Ich habe jetzt gerade überhaupt keinen Bock auf irgendwelche ungebetenen Gäste oder so. Aber scheinbar ist hier noch nichts. Wie viele Blöcke muss hier noch rein? 1, 2, 3, 4, 5. Ich mache jetzt hier auch mal parallel gerade. Beziehungsweise was? So, Leute. Also, was wollt ihr eigentlich noch erwähnt haben? Der Führerschein. Ihr fangt chronologisch an mit dem Führerschein, oder? Wann habe ich den Führerschein gemacht? Wann habe ich den Wunsch danach gehabt? Also, den Wunsch nach dem Führerschein hatte ich natürlich schon eh und je. Also, wer hat ihn nicht gehabt? Also, was heißt, wer hat ihn nicht gehabt? Aber irgendwann fängt man an und sagt, ach, das war sogar die richtige Höhe hier ungefähr. Sehr gut. Irgendwann sagt man sich ja auch, naja, ein Führerschein wäre schon cool. Würde ich gerne haben, würde ich gerne machen. Diese Freiheit halt auch mit dem Auto und so weiter. Man kennt es aus Filmen und der große Bruder hat schon einen. Und ach, alle haben schon einen Führerschein. Ich will auch einen haben. Und ach ja, die ganzen Träume. Und man sagt sich, wenn ich 18 bin, mache ich sofort einen Führerschein. Und dann habe ich die Freiheit. Oder ich fange schon mit 17,5 an. Und dann habe ich meinen Führerschein pünktlich zum 18. Geburtstag. Kriege ich ihn, dann kann ich ihn dann abholen. Und dann ist alles super und weiß der Geier was. Ja, das sind die Gedanken. Ich überlege gerade, wann habe ich meinen Führerschein gemacht? Ich habe meinen gemacht 2005. War das 2005? Ja, ich bin von der Bundeswehr raus. Ich wollte eigentlich bei der Bundeswehr machen. Wenn ich Zeitsoldat geworden wäre, was ja eventuell hätte angestanden, hätte ich sogar meinen Führerschein bezahlt bekommen. Komplett sogar mit LKW-Führerschein und die ganzen, also die C-Klassen und sowas in der Richtung. Daraus wurde leider nichts. Was heißt leider, ich bin nicht Zeitsoldat geworden. Im Nachhinein vielleicht auch eine ganz gute Geschichte, dass ich es nicht geworden bin. Aber, schade am Führerschein war. So irgendwie, keine Ahnung, man hätte ja schon gerne irgendwie das alles damals gehabt. Aber ich war auf jeden Fall schon, wie alt war ich? 2005? 2005? 22, oder? Irre ich mich? 22? Ne, ungefähr so 22. 21, 22 war ich. Und da habe ich meinen Führerschein, ja, gemacht. Und zwar im Sommer. Mit der Promisse. Es hieß mal, als ich meine Ausbildung angefangen habe, ja, ein Führerschein ist wichtig, den muss ich machen, den brauche ich. Auch gerade so ausbildungstechnisch und so weiter und so fort. Und man dann ja auch mal ein bisschen unterwegs ist beim Kunden und ach, wäre alles ein Vorteil und hier. Und so hat man sich den Führerschein eben halt dann doch irgendwie so eingetaktet, eingeplant. Bundeswehr hat noch ein bisschen Geld abgeworfen zum Schluss. Man hatte so eine kleine Abfindung und weiß ich was. Und dann konnte man sich so einen Führerschein halt auch finanzieren. Ich wollte natürlich das ganze Paket. Und habe gesagt, also wenn schon Führerschein, dann muss natürlich auch... Warum kann nicht alles Erde sein hier, oder? Mal ganz ehrlich. Wenn schon Führerschein, dann muss auch... Ich will das Kabel nicht zerstören. ...Motorradführerschein dabei sein. Oder? Also für jemanden, so einen knallharten Rocker hier, nein. Für jemanden wie mich, Motorradführerschein ist eine coole Sache. Wollte ich auf jeden Fall haben. Und habe dann auch gesagt, okay, ich melde mich bei der Fahrschule an. Ich mache Theorie für Auto und Motorrad. Das heißt, nochmal eine Prüfung mehr und sowas in der Richtung. Man hätte es ja auch nachher nachmachen können, aber nein. Man hat natürlich dann parallel damit angefangen. Ich glaube, die praktischen Stunden hatte ich nicht parallel. Die hatte ich erst später nach dem Auto, wenn ich mich nicht irre. Aber ich habe Motorradtheorie gelesen schon mal gemacht. Hat auch gekostet. Hat die ganze Anmeldung und sowas in der Richtung. Ja. So habe ich das alles gemacht. Und es waren so zwei Monate, glaube ich, gewesen, in denen ich das so gelernt habe. Die Theorie und dann halt die Praxis mit dem Auto, glaube ich. Und dann habe ich meinen Führerschein im Sommer 2005 halt auch bestanden. Wie war es? Ja, hier in Berlin muss man ja dazu sagen, es gibt ja immer einen Unterschied zwischen Ost und West von damals noch. Ja. Ich sehe jetzt nicht, dass ich jetzt da irgendwie noch so einen großen Konflikt oder sowas sehe. Nein. Aber es gibt ja den, die Stadtteile sind halt ja trotzdem immer noch von der Infrastruktur her etwas unterschiedlich. Und so gibt es zum Beispiel, wie man es auch vielleicht in anderen Städten wie Dresden und Co. kennt, die Berliner Straßenbahn. Und es gibt ja S-Bahn, Straßenbahn, U-Bahn, Busse hier, was man halt so Regionalzüge natürlich auch und die ganzen anderen Kram. Und ja, bei uns war das so gewesen, ich habe so ein bisschen an der Grenze gewohnt. Also an der Grenze, das klingt immer so, das ist aber gar nicht mehr so, kann man sich gar nicht so vorstellen. Aber ich habe früher, ja, so eigentlich noch im Westen, aber an der Grenze, ach nein, 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 nein. Ach so, warte mal, der kann ja eh nichts mehr verwandeln, oder? Warte mal, mit dem Kupfer, wenn ich jetzt hier gerade Kopperohr habe, das ist nämlich gar nicht so schlecht. Dann können wir das nämlich hier, ähm, wo haben wir ihn, wo haben wir ihn, wo haben wir ihn? Das war der Messerator, oder? Wir brauchen nämlich noch Kopperohr, was wir hier reinpacken müssen. Zack. So, jetzt haben wir hier normales Kupfer. Und das wollen wir natürlich auch verwandeln lassen. Oder? Hervorragend. Genau so muss es sein. Packen wir den hier noch mit rein und dann wird das hier auch verwandelt. Dann haben wir wenigstens da schon mal was gemacht. Und ja, Platz haben wir auch wieder. So, und was habe ich denn? Ja, Steinchen, tanzt um mich herum. Ich liebe es. Ach, den Magneten, ich hoffe, der stört euch nicht. Aber der macht die Arbeit irgendwie ein bisschen, bisschen leichter. Und ich weiß nicht, ich finde es unnütze, wenn ich die ganzen Sachen immer wieder aufsammle, bis jetzt hier im Let's Play. Das lenkt nur ab. Und keinem ist geholfen. So, dich packe ich mal hier hoch, weil dich muss ich mal irgendwann reparieren. Ähm, ja. So, ich also, äh, Berliner Straßenbahn ist so mehr im Ostteil gewesen. Äh, nicht quatsch, die Straßenbahn, doch, die Straßenteile ist mehr im Ostteil. Außer ein paar kleine Bereiche, die mal irgendwo in den Westen reinragen. Also Westteil, mein Gott, ursprünglich aber auch nur, wenn ich falsch verstehen, die S-Bahn fährt überall. Die U-Bahn fährt mittlerweile auch in den, im ehemaligen Ostbereich rein. Aber, ähm, beziehungsweise gab es die U-Bahn ja auch schon vorher. Und ist teilweise damals bei Westgründung eben halt, äh, gesperrt worden und so. Also die U-Bahn gibt es schon. Äh, ist immer halt so unterschiedlich ausgeprägt, ne? Von der Masse her, von dem weiß ich was. So, ist natürlich auch eine kostenspielige Geschichte gewesen. Und damals hat man da, äh, ja im Ostteil halt, äh, die günstigere Variante genommen. Die aber auch jetzt nicht weniger schlecht ist. Also, ähm, von daher, okay, lassen wir es einfach mal so stehen. Was war denn dann gewesen? Ich war Lekrane. Äh, dann habe ich also quasi so an der Grenze und habe im Ostteil meine Fahrschule gehabt. Ja, so im Zähnebezirk Prenzlauer Berg. Und, ähm, dann musste ich meine Fahrschule, meine Übungen und so weiter im Straßenverkehr mit Straßenbahnen machen. Weil die sind halt immer noch so im Ostteil mehr rumgefahren als im Westteil. Und, ähm, ich habe jetzt ehrlich gesagt wenig mit Straßenteilen, äh, mit dem Straßenbahn im Straßenverkehr zu tun gehabt. Und, ähm, ja, so ganz andere, ganz andere Sachen. Also, man kennt es ja so, die Umwelt, äh, wenn man jetzt halt mit gewissen Straßengegebenheiten irgendwie so im normalen tätigen Kontakt ist, dann hat man da ja auch, ja, keine Probleme. Man kennt ja auch seine Umwelt, seine Straßen, ne? Also, wenn man jetzt im Dorf fährt und man kennt halt, oder man hat im Dorf irgendwo seine Fahrschule, dann fährt man eben halt im Dorf überall rum, äh, kennt die Straßen schon und gut. In der Großstadt kann das schon mal ein bisschen schwieriger sein, ja? Da ist es halt so, dass man nicht jede Straße kennt, einfach mal so von vornherein. Das ist ja auch ganz verständlich. Ähm, aber, wie war das denn gewesen, Alter? Ich überlege gerade. Dann, ähm, war das aber so gewesen, dass, äh, ich natürlich dann in Regionen gefahren bin, die ich gar nicht kannte. Die mir einfach gänzlich unbekannt waren. Jo, und damit musste ich erstmal irgendwie, irgendwie klarkommen. Also, wenn man sich überhaupt nicht so als, als, als Homie hier fühlt irgendwo, da wo man lang fährt, ja? Und so diese, was hat man jetzt für, 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 ja, die Mentalität der Leute halt auch unterschiedlich, ne? Also sprich, ähm, da rennen die Leute einfach mehr über die Straße, ja, wie sie wollen, ähm, als vielleicht da, wo man sonst irgendwo, weiß ich nicht, ja, irgendwo im Straßenverkehr teilgenommen hatte und so weiter und so fort. Mehr Menschenmassen da wurden, eben halt die Straßenbahnen zum Meter gefahren, keine Ahnung. Also die ganze Unterteilung, da muss man sich drauf einstellen. Das war so diese Herausforderung gewesen, ähm, nicht zu wissen, wo man irgendwie lang fährt, was einem an der nächsten Kreuzung erwartet. Aber man hat es ja trotzdem gemeistert. Das war schön, ähm, ich hatte ein absolutes Muffensausen, so, ähm, in dem Moment, klar, das erste Mal so ins Auto. Und dann hieß es ja, jetzt park mal aus. Äh, WTF, was? Ausparken, ja, echt hier so an der Straße und, äh, dass den Motor nicht absaufen lässt und so, was am Anfang natürlich erfolgreich funktioniert hatte. Ja, so wie, wie man es halt so kennt, wenn man zum ersten Mal im Schaltwagen sitzt, äh, ist klar, dass man dann erst mal, ja, den Motor irgendwie so leicht, den leicht abwürgt oder sowas in der Richtung. Und das muss man ja natürlich auch lernen, dass man eben halt nicht den Motor irgendwie abwürgt, sondern dass man ihn halt am Laufen halten, äh, kann vernünftig kuppeln und sowas in der Richtung. Naja, und dann ist es halt wirklich dieses Anfahren am Berg. Ich weiß noch, die erste Stunde, dann haben wir uns damit beschäftigt, immer zu gucken, ob denn, welcher Schalter im Auto überhaupt für was zuständig ist, ne. Das Licht, dass es funktioniert und, ach, diese ganzen Geschichten halt, so die ganze, ja, die ganze Funktionsweise auch irgendwie, dass man damit, dass man damit irgendwie vertraut ist und, ähm, damit auch irgendwie klarkommt und sowas in der Richtung. Ja, das sind natürlich Sachen, die, ähm, ja, die, die musste man eben halt auch erst mal lernen und damit muss man auch erst mal umgehen und sowas in der Richtung. Gut, war aber ja kein Problem gewesen dann irgendwann. Fuhr sich relativ schnell ein. Ich glaube, die schriftliche hatte ich irgendwann mal. Kann sein, dass ich die erste schriftliche verkackt habe. Würde ich mal ganz ehrlich sein. Ich glaube, die habe ich nicht, die habe ich nicht gepackt oder irgendeinem, oder was? War das Motor? Ich weiß nicht, irgendeine Theorie war, glaube ich, am Anfang, naja, nicht ganz, 100% haben irgendwie noch ein paar Punkte gefehlt oder sowas in der Richtung, aber naja. Das ist ja jetzt nichts, wo man sagt, boah, Loser. Doch, könnte man eigentlich, nein, Quatsch. Ich war einfach nur zu faul, alles zu lernen. Man hat dann irgendwie so Fragebögen gehabt, denn lernt man eher so diese ganzen Bögen auswendig, anstatt sich mit der Theorie zu beschäftigen und der Logik. Wobei diese Fragen ja auch immer gestellt werden als, weiß ich nicht, als ob man irgendwie so Pfandfragen bearbeiten muss. Ja, irgendwie, der Prüfer will einen stets und ständig reinlegen und du musst dahinter kommen, dass er dich reinlegen wollte. Also irgendwie, es ist, also ich hasse diese Fragen. Ich hasse diese Fragen wirklich. Ist zwar Multiple Choice, beziehungsweise kann eben halt aber auch mehr als eine Antwort nur richtig sein. Das ist natürlich weniger Multiple Choice. Also es ist halt, es ist halt schon, schon irgendwie kritisch gewesen. Manchmal, aber naja, gut, man hat es ja trotzdem hingekriegt. Also ich bin glücklicher Besitzer eines Führerscheins und muss die inzwischen vielleicht auch noch nie abgeben. Und das ist schon mal gut. Ja, da freue ich mich drüber. Fahrverbot war zumindest noch nicht da gewesen. Jetzt könnte man sagen, was nicht ist, kann er noch werden. Bödezungen würden behaupten, ja. Das ist in der Tat so. Ähm, das wird mir auch noch passieren. Nein, ich weiß es nicht. Man muss sich ja natürlich auch benehmen im Straßenverkehr. Man ist ja Vorbild. Vorbild für irgendwen. Ne, weil im Ernst. Also, fahrt nicht wie eine Raudi oder sowas in der Richtung. Es ist ein bisschen Bammel dabei und manch einer hat natürlich vielleicht schon mal irgendwo, bei seinem Vater, Mutter und irgendwo in meinem Auto gesessen mit einem Kumpel, keine Ahnung, und das mal geübt oder sowas in der Richtung. Darf man natürlich nicht. Aber, nicht wahr? Darf man natürlich nicht so. Merkt euch es. Man darf es natürlich nicht. Aber, wer macht es denn nicht irgendwie? Irgendwie übt jeder mal mit irgendwem. Irgendwo, irgendwann, auf irgendeinem Parkplatz verlassen, keine Ahnung was. Und solange du das Auto nicht zu Schrott fährst, meckert da glaube ich auch keiner. Macht wenigstens die Kosten für die Fahrschule ein bisschen günstiger, wenn du dann eben halt hier ein paar Stunden, äh, ja, anfangs Gedudel irgendwie ersparen kannst irgendwie, wie du sonst normalerweise fahren müsstest. Ach, weiß der Geier was in der Richtung. Also macht euch da, macht euch da eigentlich gar nicht wild. Ist schon lustig. Und wenn man so einen Führerschein hat, dann ist man stolz. Ähm, ich muss dazu aber sagen, ich habe den Führerschein gar nicht sofort in der Hand gehalten. Den hatte ich erst ein Jahr später. Und warum das so ist, das erzähle ich euch in der nächsten Folge. Und bis dahin, liebe Grüße, euer der Spielpirat nachher. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal einen kleinen Daumen da unten. Kommi, war bis dahin. Ciao. Ciao.